Servus! Wir fahren jetzt gerade heim vom VW-Treffen in Blaufelden. Ich weiß gar nicht, wo der hinfährt. Die Ankunftszeit wird hier immer später. Oh Gott, da kommt die Kurve! Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir nach Karlsruhe fahren. Wald. Wald ist schön. Wald ist toll. Geil, oder? Ultra! Vielleicht melde ich mich nochmal. So, wir sind jetzt auf der Autobahn angelangt. Endlich. Aber Navi sagt Stau, wir kommen später raus. Aber egal. Ab geht's. Ja, wir stehen im Stau. Ich raffe mein Navi hier nicht für so eine Alternativroute. Aber mal gucken. Ich bin in Karlsruhe angekommen. Durch eine kleine Umleitung statt A6 sind wir über die A81 gefahren. knapp eine halbe Stunde mehr. Aber scheißegal. Hier ist gerade der Weg zur Halle. Und alle anderen habe ich verloren. Also wir waren jetzt am Schluss von... Was waren es am Schluss? Ich glaube 20 Autos. Irgend so was. Waren wir am Schluss noch zu zweit. Der Thorsten mit dem Caddy und ich. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Einmal melde ich mich noch. Ich bin fast zu Hause. Zuhause eins an der Halle. Ah, das Tor zu. Mensch. Luca macht mich noch mal ein Le Compare zwar mal. Da eins für sich. Das Tor zu hinein. Wie ist das Tor zueller? So, jetzt fahren wir in den Derby rein. Ich bin der erste und einzigste, der Leo fehlt noch, der Jörn, das sieht man hier. So, jetzt fahren wir mal schnell rein. So, wie gesagt, ich bin jetzt angekommen. Eins muss ich euch noch sagen, also es war ein cooles Wochenende in den Blaufelden, richtig viel Spaß gehabt. An der Bewertung habe ich ja nicht teilgenommen, weil ich ja nicht mehr an sowas teilnehmen werde, weil ich keine Pokale mehr brauche. Aber sie haben mich trotzdem bewertet und ich habe trotzdem einen Pokal bekommen. Aber der Pokal ist richtig geil, ich zeige ihn euch mal. Moment. Achtung, Pokal. Richtig geil, oder? Ja, Polo-Derby. Ja, also der gefällt mir richtig, kommt auch hier zu meiner Sammlung. Ansonsten, ich muss kurz aufstoßen. Ich verabschiede mich mal und ich glaube, ich mache mal öfters mal so ein kurzes Video, gell? Also ich wünsche euch was, morgen Montag, viel Spaß beim Arbeiten. Morgen ist Montag, ja. Vielleicht lad ich es aber erst am Montag hoch, ich weiß es noch nicht. Also, ciao, macht's gut. Ciao.